Jedes Jahr reisen junge Leute mit der DMG aus, um freiwilligen Dienste oder missionarische Einsätze zu machen. Wir bieten dafür weltweit viele Möglichkeiten und Aufgaben. Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, praktische Mithilfe, zum Beispiel mit Rollstühlen, auf einer Drogen-Reha-Farm, einem Bibelschulgelände oder Freizeitheim, junge Menschen schulen und Ausbildungsbegegnungen in Cafés, Lernhilfs, Interaktion, und vieles mehr. Und du? Willst du ein Jahr anderen Menschen helfen? Dich für Frieden und Gerechtigkeit einsetzen? Eine andere Kultur, Sprache und neue Teile der Erde kennenlernen? Christen in anderen Ländern unterstützen? Willst du Gott dienen und seine Liebe weitergeben? Vor Studium oder Ausbildung erstmal rausfinden, was dir liegt, persönlich und im Glauben wachsen und merken, wer du bist? Wir stimmen gerne persönlich mit dir ab, welcher Einsatzplan zu dir passt. Ein mehrwöchiges interkulturelles Vorbereitungsseminar bereitet dich auf deinen Einsatz vor. Vor Ort arbeitest du eng mit unseren Partnern zusammen, die deine wertvolle Arbeit schätzen. Wenn du zurückkommst, hilft dir ein weiteres Seminar beim Wiedereinstieg in Deutschland. Vor, während und nach deinem Einsatz wirst du von DMG-Koordinatoren betreut, die speziell für deine Anliegen und Fragen da sind. Wir bieten dir Einsätze von 6 bis 24 Monaten an. Dein Einsatz wird durch Spenden an die DMG finanziert. Erlebe mit, wie Gott uns jeden Tag versorgt. Du willst deinen Auslandseinsatz bei einem christlichen Werk machen und das staatlich anerkannt und gefördert? Bei der DMG geht beides. Als Träger für den IJFD und ADIA verfügen wir über zahlreiche Möglichkeiten für Freiwilligendienste. Oder du willst doch lieber Mission pur? Dann geh ehrenamtlich für Jesus. Gib weiter, was er dir schenkt. Im Kurzeinsatz oder Facheinsatz. Du mit Gott. DMG. Damit Menschen Gott begegnen.